Ja gut, sie spielen geradlinig nach vorne. Sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel mit ihren schnellen, flinken, kleinwendigen Spielern. Origi ist ein bisschen ein anderer Spielertyp, ist eher der wuchtigere Typ. Den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, hat er häufig über Außen gespielt oder über die Außenposition gespielt, weil Rouge sehr häufig in der Spitze gespielt hat. Lopez fällt aus, er ist verletzt, war auch ein sehr wichtiger Spieler in der Offensive für sie. Aber wie gesagt, es ist eine Mannschaft, wenn man ihr die kleine Chance gibt, den kleinen Finger gibt, dann werden sie die ganze Hand nehmen. Das heißt, sie sind in der Lage, aus wenig sehr viel zu machen. Sie haben nicht so viele Tore geschossen bis jetzt in der Liga. Sieben Tore ist nicht so viel, aber trotzdem ist die Qualität zu beachten. Und Origi ist eben auch ein Spieler, der sicherlich auch mal den Unterschied ausmachen kann, wenn man ihm vor allen Dingen Raum gibt. Und den dürfen wir insgesamt der Mannschaft nicht geben.